Liebe Gläubige, liebe Menschen mit Interesse am Wort Gottes, heute möchte ich ein paar Gedanken formulieren zum Evangelium vom vierten Sonntag der Osterzeit, das ist heuer der 8. Mai. Da stellt sich Jesus sozusagen selbst vor als der gute Hirte, der seine Schafe kennt, die Schafe hören auf ihn und sie folgen ihm. In diesem kurzen Evangelium geht es also um ein Verhältnis von Hirte und Schafe. Es geht darum, dass Schafe den Hirten kennen, kennenlernen, dass sie auf ihn hören und dann, dass sie ihm folgen. Das Hören zum Beispiel ist eine ganz besondere Fähigkeit. Ein Mensch, der es versteht, wirklich aufmerksam zu hören, der kann vieles aufnehmen, der kann unglaublich reich beschenkt werden und dadurch auch innerlich wachsen. Wenn wir heute die Gesellschaft beobachten, das geistige Leben auch, dann können wir vielleicht zwei Phänomene feststellen, die gegensätzlich aussehen und doch irgendwie zusammenhängen. Das Phänomen nicht hören zu wollen und im Gegensatz dazu eine Hörigkeit, also einfach blind zu hören. Viele Eltern klagen oft ihr Leid, sie haben eine reiche Lebenserfahrung, sie haben Kinder, sie könnten vieles vermitteln. Und was passiert? Die Kinder hören nicht auf sie. Oder oft ist es gerade so, wenn gerade von den Eltern was kommt, dann sind sie sozusagen fast automatisch irgendwie in Opposition, im Gegensatz. Sie wollen nicht hören. Ein anderes Beispiel, ein Wirt sagt mir mal, ich stelle keine Lehrlinge mehr an, denn die lassen sich heutzutage nichts mehr sagen, also sie wollen nicht hören. Oder jemand erzählt von einer Entscheidung und sagt dann sehr nachdenklich, hoffentlich habe ich nicht den schwersten Fehler in meinem Leben gemacht. Es geht darum, jemand trifft eine Entscheidung und hört vielleicht im Innersten der Stimme des Gewissens und sagt, die ihm sagt, das sollst du nicht tun. Und dann hört er eben auf andere oder er folgt einem Druck oder den Mainstream und so weiter. Und später merkt er dann, ich hätte hören sollen auf die innere Stimme. Oder ein Beispiel, das mir als Pfarrer oft begegnet. Ich bin manchmal oft sehr traurig, weil ich mir denke, man könnte noch viel mehr Gutes tun als geweihter Priester, wenn Menschen wirklich hören wollten. Oft hat man den Eindruck, es gibt eine Art Argwohn, gerade wenn von der Kirche oder vom Pfarrer was kommt, dann muss man fast automatisch irgendwie misstrauisch sein. Ich denke zum Beispiel an die unglaubliche Vollmacht, Sünden zu vergeben. Was könnte da viel Gutes geschehen, wenn Menschen kommen und gratis sozusagen dieses Geschenk empfangen? Oder ich denke an die Krankensalvung, da habe ich oft die großartigsten Dinge erlebt, wirkliche Wirkungen auch körperlich. Und die meisten Katholiken vermuten nicht einmal, dass die Krankensalvung was helfen könnte und laufen zu vielen anderen Stellen hin, wo sie für viel Geld fragliche Dinge sozusagen in Kauf nehmen. Nicht hören wollen steht scheinbar im Gegensatz zur Hörigkeit, die heute auch da ist. Dass Menschen einfach blind tun, was ihnen gesagt wird, alles glauben, was in der Zeitung steht, wie ein Dogma. Und das ist interessant und das hängt vielleicht zusammen mit dem Nicht-Hören-Wollen in der Weise, dass man vielleicht sagen kann, wer nicht glaubt, der glaubt alles. Wer nicht dem guten Hirten vertraut, der wird sozusagen anderen vertrauen, aber dann in einer blinden Weise. Denn der gute Hirt ist ja die Liebe selbst und die Liebe ist innerlich klar und wer liebt, der glaubt nicht mehr blind. Die Frage ist deswegen, auf wen hören wir und wie höre ich? Und deswegen auch die Frage, kenne ich den, auf den ich höre? Wir müssen auch wissen bei dieser Frage, wenn es um den guten Hirten geht, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Es gibt Mietlinge, davon spricht Jesus im Evangelien, der bezahlte Knecht, dem nichts an den Schafen liegt, der flieht, wenn der Wolf kommt. Und es gibt Wölfe. Der Apostel Paulus sagte mal bei seinem Abschied in Milet, der Apostelgeschichte ist das aufgezeichnet, Wenn ich weg bin, nach mir werden reißende Wölfe kommen, in die Herde eindringen und die Schafe nicht schonen. Diese Wirklichkeit muss uns auch bewusst sein, gerade im Geistigen. Man könnte einen Vergleich mit der Natur anstellen und sagen, in letzter Zeit gibt es in unserem Gebiet auch wieder Wölfe und jeder der vernünftige Mensch weiß, ein Wolf reißt eben Schafe, er reißt wild, er verursacht Schaden, er kann Menschen gefährden und vielleicht kommt einmal der Zeitpunkt, wo auch einmal ein Mensch von einem Wolf gefressen wird. Und manche meinen, der Rechtsstaat müsse die Wölfe schützen vor den Jägern, vielleicht wäre es wichtiger, die Schafe vor den Wölfen zu schützen. Und die Wölfe sind aber eine Wirklichkeit im Geiste. So könnte man dieses Bild übertragen. Es gibt Wölfe, die die Schafe reißen. Sie sehen das Misstrauen gegen Gott, gegen die Gebote, gegen die Kirche. Und am erfolgreichsten sind die Wölfe dann, wenn sie erreichen, dass man nicht mehr glaubt, dass es sie gibt, wenn sie eben im Schafspelz agieren können. Für uns geht es darum, eben dass wir den guten Hirten erkennen. Der gute Hirte ist der, der uns unglaublich reich beschenkt. Im Evangelium vom vierten Sonntag der Osterzeit sagt Jesus, was der gute Hirte schenkt, er gibt ewiges Leben. Das ist eine Gabe, die niemand sonst geben kann. Und dann gibt er den Schafen sozusagen die wirkliche Sicherheit. Er sagt, niemand kann sie meiner Hand entreißen. Und diese Sicherheit im Glauben kann bewirken, dass der Mensch insgesamt von vielen, vielen Ängsten befreit wird. Oder dass Ängste gemildert werden. Oder dass der Mensch eben fähig ist, trotz Angst eben standzuhalten. Weil er im Übernatürlichen eine große, unglaubliche Sicherheit hat. Und sich geborgen weiß in den Händen des guten Hirten. Und es ist wichtig, dass wir den Hirten erkennen. Denn wenn wir jemanden nicht erkennen, dann fällt uns auch das Hören nicht so leicht. Oder es gelingt einfach nicht so. Und wenn wir dann wirklich hören, dann bekommen wir die Kraft, dem Hirten zu folgen. Das ist die eigentliche Selbstverwirklichung des Menschen. Wer dem Hirten folgt, folgt dem, der die Liebe ist, der das Licht der Wahrheit hat und wirklich das Leben ist. Und wer das hört auf den guten Hirten, der versteht auch, dass letztlich vieles Geschenk ist. Das ist auch zum Beispiel die Gebote. Die Gebote hat der gute Hirte gegeben, um uns zu schützen und zu führen, auf den Weg zur Fülle. Denken wir zum Beispiel an das Sonntagsgebot. Wer den Sonntag wirklich achtet, als Tag des Herrn, der verliert den guten Hirten nicht aus den Augen. Wenn der Mensch immer im Alltag ist, dann gerät er hinein in den Reiswolf. Hier haben wir wieder das Wirken des Wolfes. Der Reiswolf, der den Menschen vereinnahmt, der den Menschen bindet an irdischen Dinge, der den Menschen festhält und ihn sozusagen einfach von der übernatürlichen Ebene herunterzieht oder eben nicht aufsteigen lässt. Deswegen ist der Sonntag zum Beispiel ein wirkliches Geschenk, den guten Hirten zu erkennen, an diesem Tag besonders ihn zu hören und durch die Heilighaltung dieses Tages einfach Kraft zu schöpfen, im Alltag dem guten Hirten folgen zu können. Ich möchte vielleicht mit diesen Worten schließen. Die Botschaft von guten Hirten ist wirklich eine unglaubliche Frohbotschaft. Der, der es ganz gut mit uns meint, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen, der bietet uns seine persönliche Freundschaft an, die Fülle des Lebens und eine wirkliche Sicherheit. Diese Botschaft darf uns wirklich froh machen. Ich wünsche euch eben diese Freude am Glauben. Ich danke.